Herzlich Willkommen zu Moodle Tipps und Tricks. Heute Kurs freischalten. Jedes Semester erhalten Sie automatisch Ihre Lehrveranstaltungen in Moodle, die Sie nach Ihren Wünschen bearbeiten können. Die Lehrveranstaltungen im System auch Kurse genannt sind für Studierende vorerst nicht sichtbar. Um einen Kurs für die Studierenden sichtbar zu schalten, gehen Sie bitte wie folgt vor. Navigieren Sie zum virtuellen Campus und wählen Sie das aktuelle Studienjahr. Loggen Sie sich auf der Plattform ein. Wählen Sie den gewünschten Kurs. Sie sehen, dass der Kurs für Studierende unsichtbar ist an der hellgrauen Schrift. Öffnen Sie den gewünschten Kurs mit einem einfachen Klick. Klicken Sie rechts neben dem Kurstitel auf das hellgraue Zahnrad. Wählen Sie beim sich öffnenden Auswahlfeld den ersten Punkt Einstellungen. Sie gelangen in die Kurseinstellungen. Klicken Sie in der Auswahl Kurs Sichtbarkeit auf Anzeigen. Speichern Sie die Änderung mit Klick auf Speichern und Anzeigen. Der Kurs wird nun mit roter Schrift dargestellt. Das bedeutet, die Studierenden können den Kurs und seinen Inhalt sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.